Bist du schon da? Ich freue mich doch. Es ist doch Freude. Ich bin doch gerade noch im Stream. Guten Morgen. Jetzt steigt gleich der Undertaker Nebel auf. Wunderbar. Einer hat heute geschrieben, wir kommen ins Königsbuch Weltrekord. Warum? Für den größten Altersunterschied. Meine Frau, und da möchte ich jetzt gerne noch mal einen großen Applaus. Letzte Woche hat sie den Führerschein endlich bestanden. Sie durfte zwar davor fahren mit 17, aber sie hat dann jetzt ganz alleine. Wieso kannst du eigentlich nicht einmal lieb sein, wenn deine Frau kommt? Ich bin doch lieb. Weil hier fühlst du dich stark. Aber wenn du allein bist auf der Couch mit mir, dann bist du kuscheln und schmuseln und umarmend. Ja, was hat sie doch ganz schön. Dann bist du den ganzen Lieber. Überhaupt, was? Ja, und hier ist er richtig der Harte. Schläfst du immer auf den Post ein? Ja, gell? Mein kleiner Schwanz. Ich bin jetzt noch mit den Jungs hier ein bisschen. Die ist doch minderjährig, schreib deine Reine, hast dich strafbar gemacht. Verdammte Scheiße. Sie ist süß, wie du mit deiner Tochter streitest. Ich finde es zum Teil lustig, aber zum Teil auch nicht, weil es mache ich ja keine Sinn. Tochter wäre ich ja, wenn ich 20 Jahre jünger wäre. Tochter würde gehen. Aber zehn Jahre ist... Nein, würde nicht gehen. Dann hast du mich ja mit zehn gekriegt. Ich habe mit elf mein erstes Mal gehabt. Also theoretisch fast, passt. Würde gehen. Nee, dann müsste ich 23 sein. Ich finde es super. Ich denke, ich wäre 2000. Boah, Alter, da würde ich immer an das Eurostarter-Paket denken. Warum nicht? Du wirst immer eine Jünger haben, aber du wirst auch nicht jünger, du wirst auch mal älter. Vergiss das nicht. Ja, natürlich. Du bist schon noch, hast doch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Du stehst doch noch im Regal. Aber du stehst noch im Regal und du bist dieses, wie sagt man, Astronautenfutter. Ravioli. Die läuft nicht morgen ab. Ravioli hält. Hast du das Victoria-Secret-Unterwäsche an? Ja klar, wunderbar. Geh doch, schön. Meine Thunfischdose. Hm? Auch nicht recht, oder was? Thunfischdose? Ist das denn ernst? Wieso? Wieso wüssten wir heute eigentlich so auf an? Lange haltbar. Ich habe es gut gemeint. Ich dachte, du freust dich jetzt. Thunfischdose? Na doch, vielleicht was anderes, aber nicht Thunfischdose. Lachs. Das ist eine Beleidigung. Was willst du sein? Dann machen wir Ravioli lieber. Ravioli. Gewürzgurken. Gewürzgurken? Sohleier. Sohleier. Du bist mein Sohleier. Mein Syrströmig, hm? Mein Willen? Syrströmig. Was ist das? Das hält richtig lange. Ich finde, Fisch passt zu dir. Echt? Oh, das ist aber der Dankeschön. Vielleicht mich. Mach ich. Du schnarchst und fuchst gleichzeitig. Hä? Mhm. Machst du nicht mal mehr die Tür zu, wenn du auf der Schüssel sitzt, oder was? Du doch auch nicht. Ich höre dir nie ein Gara-Fälle. Aber du kannst doch nicht... Mach doch die Tür zu! Ich sitze... Das Klo ist direkt neben dem Stream! Mein lieber Mann! Ein Jahr... Nach einem Jahr ist alles egal. Das nächste Mal lässt du dir die Tür auf beim Kacken. Ach komm! Du liegst in den Verpackungen vom Kinder-Country. Wer lässt dich hier gehen? Du denn? Du gehst auch Kacka und Pipi mit offener Tür. Kacka machst du mit offener Tür? Du schreist schon hier, wenn ich den Gang entlang laufe. Komm nicht rein, komm nicht rein! Keule! Affengeil! Du hast alles im Griff! Ich würd doch nie über dich... Hab ich schon mal über sie gelästert, Chat? Eins in Chat, wenn nein. Ja, also... Und hab ich nicht. Guck mal, nur zwei. Es sind doch nur zwei, aber... Ja, eins in Chat, wenn nein! Zwei ist ja! Ich bin nicht blöd! Ich bin am Kopf gefallen! Wieso lästert sie über mich? Hab ich nicht. Es wird ein schönes Weihnachtsfest! Es wird ein schönes Weihnachtsfest!